Jetzt bereits auf der Bahn ein weiterer internationaler Gast aus Ungarn von der ungarischen Luftwaffe, die Saab 39 Krippel. Wir sehen hier auf der ILA-2018, meine Damen und Herren, die Krippel. Wir sehen hier auf der ILA-2018, meine Damen und Herren, die Krippel. Wir sehen hier auf der ILA-2018, meine Damen und Herren, die Krippel, die Krippel, die Krippel, die Krippel, die Krippel, die Krippel, die Krippel. Die Krippel, die Krippel, die Krippel, die Krippel, die Krippel, die Krippel von 15.200 m, also 50.000 m. . 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